So, und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von Donkey Kong 64. Ich habe gerade schon mal die Biene ausgeschaltet, wollte es nochmal machen, um euch den schönen Zaun zu zeigen. Ich habe mich bei Funky, wie gesagt, aufgeladen, durch das Wasser aufsteigen. Es ist die Plattform 5 aufgetaucht und ich konnte damit gut arbeiten jetzt. Gerne. Also oben, unten, links, oben, unten, links, so. Ich muss jetzt unten anfangen. Okay. Das ist relativ gerade, wo wir anfangen müssen. Ist er jetzt wieder unten an hier, oder was? Aua. Oh, diese alte, blöde Biene. Ey, will die mich jetzt verarschen hier? Schau, wie das wegen der Biene schon wieder nicht. Warum da denn jetzt nicht? Mann. Gut. Und noch einmal. Diesmal nehme ich euch ja mal mit, aber wir müssen vorher, glaube ich, den Donkey Kong wechseln. So. Es ist ein bisschen nervig. Äh, ich weiß nicht, warum das so ist. Nummer 4? Haben wir noch nicht gehabt. Das war eben da unten. Obwohl, wir können weiter geradeaus machen. Ähm. Ist es... Einerseits habe ich drei Versuche gemacht, um auf den Leuchtturm zu kommen. Und, ähm... Ist ja auch schon nicht einfach gewesen. Ui. So, kurz den... Lenky rein wechseln. Oder wieder in den Diddy rein. Ja, volles Leben. Ähm. Jetzt machen wir das nochmal mit dem... Ich weiß nicht, warum ich einerseits unterschiedlich anfangen muss. Und, ähm... Warum der bei dem mehrmals da nicht das geschafft hat. Da richtig hinzukommen. Hier vorne nochmal Platz 4 und 5. Hier habe ich ja erstmal... Ein paar Versuche überhaupt wieder hochzukommen. Dann bin ich so geschlindert hier. Dann bin ich doch abgerutscht. Dann habe ich das da unten schon... Eingesammelt wie ein blöder. Und diese olle Biene... Macht's noch schwieriger da drin denn. Weil allein dieses... Ich hab da null Ahnung ansetzt. Wie es anfangen soll. Und wo es anfangen soll. Und da wie... In welchem Kreislauf... Rum und... Und ich muss jetzt allein... Lass mal hier runterkommen. Gut, ich würde auch mit 90 Sekunden schaffen, da hinten hinzukommen. Das ist, äh... Kein Problem. Weil der Fisch ja ziemlich nah ist an... Blatt von 5. Boah, das hat vorher so lange gebraucht. Dann musst du runterspringen. Dann musst du dich drehen. Weil du nicht weißt, in welche Richtung sich diese olle Kamera dreht. Da vorne haben wir noch Donkey Kong wünschen. Was wird das eigentlich mal schaffen hier? Und der hat nämlich schon seinen... Mund weg. Ey, macht das... Kann ich hier einmal saven? Kurz hier. Alter, geh mir nicht auf den Keks. Vermaselt alles. Oh, das ist ein... Wie geht's? Weil ich nicht vermute, dass ich jetzt noch auf den gelben schießen darf. Ich weiß nicht, wie oft ich es auch treffen muss, vielleicht dreimal oder so. Es war jetzt eine Notwehr, da drauf zu schießen. Es war jetzt ein bisschen blöd gelaufen mit dem Wasser. Das wird wehtun. Ach man! Ach komm! Das ist doch nicht wahr! Das ist ein alter, mistige Ding da oben noch nervt. Ach man, jetzt muss ich noch mal... ich muss meine Musik auffüllen. Oh, das war so knapp diesmal. Kann ich da einfach draufzimmern oder so? Jetzt muss ich Musik auffüllen. Oh man! Boah, das hätte ich doch fast geschafft! Wie viele haben wir denn davon noch? 71 Stück, kann man damit aus? Ja, müssen wir! Und dann warte ich, dass die olle Plattform noch ins Wasser reingeragt hat für einen kurzen Moment. Das hat mich auch schon durcheinander gebracht. Nummer 4, Nummer 5 ist da hinten. Ach man! Das hätte so gut klappen können jetzt! Wolltet ihr das schön zeigen, erst mal direkt beim Aufnahmen starten und jetzt zweimal schon vergeigt. Dann machen wir es nochmal. Diesmal wird es was. So. Ich will es schaffen! Und dann muss ich da wirklich nur alles reinzimmern, was geht. Das ist für mich ja wieder total einfach hier. Einfach nur mal sämtliche Erdnüsse da reinflipsen, die ich nur habe. Wäre doch einen großen Vorteil. Würde mir Zeit ersparen, aber mittlerweile habe ich daran bezweifelt, dass das funktioniert. Ach komm, mach deinen Maul auf. Dankeschön. So. Wir stellen uns erstmal auf... Warte mal, wir können ja erstmal hier die Dinger einsammeln. Ich höre schon, weiß nicht, das Allwerfen von dem Ding, ne? Hier. Nehmen wir erstmal dat. Nehmen wir erstmal Ruhe vor dem Sturm. Auf nur kurze Zeit. So. Okay, jetzt ist er erstmal unten dran. Kann ich da so viele Erdnüsse draufzimmern, wie ich will? Anscheinend jein. Darf ich jetzt hier erstmal noch Erdnüsse draufwerfen oder nicht? Ja. Ja. Oh, Licht ist aus. Da, alt der Ding da an. Dieses, dass das so über drei Dinger geht, ist total anstrengend. Kostet so viele Sekunden Oho, noch in Weiß geschafft Komm, einmal noch Dreh dich bitte schneller Komm schon Oh, ich hab's geschafft Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, bin ich gerade glücklich Bin ich glücklich 2, 3, 3, 4 Hey, du witzgah Das war jetzt eine schwierige Geburt, meine Kinders Kinder, Kinders So Schauen wir mal, da ist da noch eine Plattform gewesen Die Kein Mensch weiß Aber Ich weiß, was Was man damit machen kann Ich komm wieder wieder Obwohl, bevor ich gleich wiederkomme Ich mache einen Kurzcut an dieser Stelle War halt eine blöde Folge Drei Minuten war das gleiche War halt eine fischige Fisch-Fisch-Fisch-Folge Ich weiß nicht, wie ich die denn glaube Fischige Fisch-Fisch-Fisch-Folge Und dann würde ich sagen Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge Untertitelung des ZDF, 2020